Schauen wir uns nun einmal CC-Link IETSN an. CC-Link IETSN ist ein offenes, industrielles Ethernet, das alle Herausforderungen überwindet, denen wir heute in der industriellen Vernetzung begegnen. Es erfüllt den Bedarf an mehr Bandbreite. Es unterstützt sowohl Gigabit- als auch 100 Mbit-Bandbreite und bietet damit die nötige Flexibilität, um große Datenmengen von einem Ort zum anderen zu bringen. Es basiert auf den IEEE 802.1 Standards und ist daher konform zu den TSN Standards, die jetzt verfügbar sind. Und nicht zuletzt wurde bei seiner Entwicklung auch die OPC UA-Kompatibilität berücksichtigt. Die Vorteile von CC-Link IETSN decken hauptsächlich drei Bereiche ab. Performance, Leistung, Connectivity, Konnektivität und Intelligence, Informationsgewinn. Performance bezieht sich darauf, dass wir schon jetzt die Anforderungen von großer Datenkapazität, wie sie Industrie 4.0 benötigt, erfüllen können, indem wir die Gigabit-Bandbreite mit der TSN-Technologie kombinieren. So können wir nicht nur mehrere verschiedene Datenarten für die Automatisierung im selben Netzwerk zusammenfassen, wie zum Beispiel Safety und Motion Control, sondern auch nicht prozessbezogene Datenströme wie normalen TCP-IP-Verkehr parallel im Netzwerk transportieren. Connectivity bedeutet, dass wir eine völlig offene Netzwerktechnologie haben. Wir können Endanwendern, Maschinen- und Anlagebauern sowie Geräteanbietern volle Wahlfreiheit bieten. Wenn Sie ein Produkt entwickeln möchten, das mit CC-Link IE-TSN kompatibel ist, können wir Ihnen eine Reihe von Entwicklungsoptionen nach Branchenstandard anbieten. Wir können volle Multivender-Interoperabilität bieten. Und nicht zuletzt haben wir das Netzwerk mit einer Reihe von smarten Funktionen ausgestattet, wie zum Beispiel der Möglichkeit, Tools von Drittanbietern für die Diagnose und Fehlersucher zu nutzen. TSN scheint in der Lage zu sein, viele zukünftige Netzwerkanforderungen zu lösen. Warum brauchen wir dann noch Industrial-Ethernet-Technologien wie CC-Link IE-TSN? Wir haben derzeit eine große installierte Basis von vorhandenen und neuen Applikationen. Die neuen Applikationen werden jetzt projektiert und installiert. Diese nutzen vorhandene Industrial-Ethernet-Technologien. Also muss die von uns angebotene Technologie in der Lage sein, bestehende Applikationen zu unterstützen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, zukünftige Technologien wie TSN zu nutzen. Gemeinsam mit unseren Partnern können wir schon jetzt eine große Auswahl an Lösungen anbieten, um die Anforderungen aktueller Industrial-Ethernet-Anwendungen zu erfüllen und zugleich den Migrationspfad in die Zukunft zu ebnen, der Technologien wie TSN und OPC UA unterstützt. CC-Link IE-TSN bietet einen Migrationspfad von den Notwendigkeiten der Gegenwart zu den Anforderungen der Zukunft. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mehr über CC-Link IE-TSN, die Entwicklung kompatibler Produkte oder über die Vorteile der CLPA-Mitgliedschaft erfahren möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Gerne besprechen wir Ihr Anliegen ausführlich mit Ihnen. Amen.